So, hallo Leute, heute ist der 25. Genau, und wir werden heute das zweite Kästchen vom Silvester-Countdown-Kalender aufmachen. Mal schauen, was drin ist. Nico, öffnet das Ganze jetzt mal. Ja, schauen wir mal rein. Oh yeah, natürlich von Komet. Oh ja, die Mini-Power-Vesuv-Vulkane. Auch bekannt unter dem Namen Small Pagoda, besser bekannt. Ja, da sind drei Stück drin. Genau. Genau. Und ich würde mal sagen, die testen wir jetzt mal. Bis gleich. Small Pagoda von Komet. Scheißweiß. Sehr windig. Sehr schön für den Klasse-1-Artikel. Ja. Aber leider sehr kurze Brennauer. Okay. Bis zum nächsten Video. Ciao. den tont זה mal mit dem Geld ESP.